Anbei haben wir Ihnen eine Präsentation von Intruder anzubieten. Es handelt sich um die neueste Sonderentwicklung des Instituts für angewandte Psychophysik im Bereich nicht-lineare Analyse der Aktivität von Mikroorganismen und Helminten. Mit dieser Sonderentwicklung wird auch deren Resistenz gegen moderne Mikrobizide und antiparasitäre Mittel bewertet. 2012 machte Margaret Chan, Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation, auf der Konferenz »Kampf gegen die Resistenz gegen Mikrobizide Mittel – Es ist an der Zeit zu handeln« in Kopenhagen eine beeindruckende Erklärung. Margaret Chan sagte unverblümt und gerade heraus, dass die Welt von heute eine bisher nie dagewesene Entwicklungsetappe erreicht hat, in der das Ende der derzeitigen Medizin in der Form, wie wir sie heute kennen, zu erwarten ist. Die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation hat den Eintritt globaler Katastrophen vorausgesagt, weil die Antibiotika-Ära zu Ende geht. Selbst eine Streptokokken-Halsentzündung oder eine Kratzwunde am Knie eines Kindes werden möglicherweise zu einem letalen Ausgang führen können. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Arten panresistenter Superbakterien verzeichnet, die gegen den Großteil der anzuwendenden antibiotischen Mittel resistent sind. Durch eine solche Lage wird nicht nur der Kampf gegen typische Infektionskrankheiten erschwert. Auch die Anwendung mehrerer lebenswichtiger medizinischer Prozeduren wird gefährdet, insbesondere Organtransplantation, Implantation von Prothesen, Anwendungen im Bereich zukunftsweisender Chirurgie und der Chemotherapie der Krebskrankheiten. Ansätze für die Erforschung der Resistenz von Mikroorganismen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausreichend exakt und mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Für sie gibt es keine objektiven Standardbewertungskriterien. Als Grundmethode für die Bewertung der Resistenz von Mikroorganismen wird der schon Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Plattendiffusionstest für die Bewertung der Resistenz angewendet. Seit jener Zeit erfuhr er keine grundsätzlichen Änderungen. Im Wesentlichen besteht die Methode darin, dass eine mit Antibakterialpräparat imprägnierte Kartonplatte auf die Nähr-Medium-Oberfläche nach der Aussaat der zu erforschenden Mikroorganismuskultur gelegt wird. Mit einem Stabzirkel wird der Bereich ermittelt, in dem die Koloniewachstumsaktivität unterdrückt wird. Im 21. Jahrhundert, also im Jahrhundert moderner Computer- und Nanotechnologien, hat eine solche Methode den Anschein eines längst veralteten Anachronismus. Es ist demzufolge zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, glaubwürdige Resultate bei der Bewertung antibiotischer Empfindlichkeit von Mikroorganismen schnell zu erzielen. Dementsprechend ist eine qualifizierte Anwendung moderner, genau indizierter antibakterieller Mittel nicht möglich. Die immer größer werdende Zahl neuer antibakterieller Mittel und die fortschreitende Erhöhung der Zahl von Stämmen mit erworbener Resistenz lässt Anforderungen an Exaktheit und Schnelligkeit der Bewertungsmethoden schnellstmöglich erhöhen und mit der Entwicklung von neuen, modernen, rechnergestützten Methoden zur Resistenzbewertung der Mikroorganismen anzufangen. Die vom Institut für angewandte Psychophysik entwickelte rechnergestützte NLS-Analyse zur Bewertung von Aktivität und Resistenz der Mikroorganismen gegen antibakterielle Präparate entspricht allen Anforderungen der Gegenwart. Weitestgehend grundsätzliche Änderungen in der rechnergestützten NLS-Bewertungsmethodik der antibiotischen Resistenz stehen im Zusammenhang mit der Entwicklung. Eines Konzeptes der Interpretation, der erzielten Bewertungsresultate für antibiotische Empfindlichkeit, die sich auf nicht-lineare Modellbildung des zu untersuchenden Mikroorganismus mit anschließender Korrektur von bei der Spektalprüfung erzielten Daten und Erteilung klinisch orientierter Therapieempfehlungen stützt. Eines Konzeptes virtueller Muster von Gruppenpräparaten mit dem Zeitaufwand und Untersuchungsumfang für die Gewinnung glaubwürdiger Resultate wesentlich reduziert wird. Eines mathematischen Modells zur Kontrolle der Glaubwürdigkeit bei der Bewertung antibiotischer Empfindlichkeit mit der Wahrscheinlichkeit fehlerhafter Resultate eindeutig verringert wird. Der spektralen Wellenmethode zur Bewertung der Aktivität und antibiotischer Empfindlichkeit von Mikroorganismen mit der inneren Entropie in den Molekülen der Eiweißverbindungen einzelner Gewebe von Mikroorganismen sowie in den Grundstoffen der Ribonuklein- sowie desoxyribonukleinsäuren bei der Entwicklung der Antibiotika bewertet wird. Ohne Berücksichtigung der genannten Aspekte ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich, moderne glaubwürdige Resultate bei der Bewertung der Keimaktivität und antibiotischer Empfindlichkeit zu erzielen. Es ist im gleichen Maß nicht möglich, moderne Mikrobizide und antiparasitäre Mittel sachgerecht anzuwenden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit dieser Technologie den Körper eines Menschen und die darin lebenden bakteriellen bzw. parasitären Agenten als ein einheitliches System zu betrachten, die jeweiligen durch Einwirkung von Mikroorganismen ausgelösten Funktionsänderungen im menschlichen Körper als Voraussetzungen für nicht ausschließlich Infektionserkrankungen, sondern auch für psychosomatische Störungen zu ermitteln. Auf dieser Basis kann man das Untersuchungsprogramm exakt festlegen, überflüssige Beratungen ausschließen, den Untersuchungsaufwand reduzieren. Dies ist für eine richtige und rechtzeitige Diagnosestellung und Verordnung der Behandlung wichtig.